moin moin auf geht's ab geht's hier mit einer schönen neuen runde aus dem landwirtschaftssimulator 19 wir haben einen schönen neuen trecker den class axion 900 mit einer höchstgeschwindigkeit von 50 km h 700 liter tankvolumen im moment mit einer anzahl von 380 ps und wir gucken mal rein ins ganze so felgen farben können wir einmal rot schwarz und grau nehmen ich würde sagen gucken muss das mal kurz an einmal die schwarze einmal die graue variante ich denke mal mit den roten felgen sieht das ein bisschen besser aus da können wir die hauptfarbe noch wechseln in schwarz sieht auch sehr nett ausfindig und dann haben wir noch mal hier ist ein weiß grau sieht auch nicht schlecht aus aber wir nehmen die originalfarbe so dann können wir die anbauteile in dem sinne noch ändern das machen wir mal das kann man dann hier ganz gut sehen hier die teile ich denke mal dass in dieser variante sogar noch ein bisschen edler wirkt ja dann können wir die motor ausführung hier noch ändern wir haben jetzt im moment 380 ps können das dann auf 410 und 320 oder dann halt von 320 auf 350 380 und 410 um ändern ja ganz nett das ganze dann haben wir die reifen varianten einmal mit rad gewichten einmal die breit reifen allgemein macht auch schon mal relativ etwas her und mit rad gewichten dann auch noch dabei ja zwillings bereifung man kennt auch ganz nett und dann haben wir es eigentlich hier auch schon so weit durch im moment kostet er dann im leasing 13 1729 euros und im gesamtpreis im kauf im moment der normalen ausführung mit gucken mit dem geänderten hier mit der geänderten ansicht mit 269 1200 ich würde sagen wir gucken uns den mal in der freien laufbahn an und den sound mal an ich denke das wird schon mal relativ gut an gucken uns den mal von innen an dann sieht man dann ich glaube da spiegelt sich glaube ich der himmel wieder der himmel spiegelt sich hier so ein bisschen im lenkrad ok sollte wahrscheinlich nicht so sein aber ist halt ansonsten lampen so ist alles funktioniert auch rückwärts anzeige dreht alles wunderbar ja ansonsten ja von außen sieht es relativ gut aus finde ich habe es ja eben schon mal gesehen müssen die anderen ansichten noch mal separat anschauen aber ansonsten hat er eigentlich alles was so ein trecker hier braucht ich würde sagen runterladen spaß haben in diesem sinne ab in die lasten däumchen da lassen ab und reingehauen